So, schauen wir uns ein Beispiel an zur indirekten Abschreibung. Das Beispiel ist wie folgt. Bei einer Maschine mit Anschaffungskosten in Höhe von 100.000 Euro nehmen wir zum Ende des Anschaffungsjahres eine indirekte Abschreibung in Höhe von 10.000 Euro vor. So, die Abschreibung ist hier, 653 Abschreibung, 10.000 an. Weil wir indirekt abschreiben, an Wertberichtigung zu Sachanlagen, Konto 361, 10.000. Das haben wir hier und hier, Wertberichtigung. Und Sie sehen, das Aktivkonto, Technische Anlagen und Maschinen, ist erstmal unberührt. Da passiert nichts mit Abschreibung und Wertberichtigung. Und abgeschlossen wird das am Ende dann über GOV-Konto. Also das Kontoabschreibung ist ein Aufwandskonto, wird also abgeschlossen über GOV. Das landet hier. Und unser Aktivkonto ganz normal über das Schlussbilanzkonto, das landet hier. Und dann haben wir noch das Konto Wertberichtigung. Das Konto Wertberichtigung wird auch über Schlussbilanzkonto abgeschlossen. Das heißt, das hier, der Saarlo geht dann hier rüber. Und Sie sehen, hier in der Schlussbilanz haben wir dann ganz klar aufgelistet, der Buchwert der Maschine und die Wertberichtigung. Also das, was an Wertverlust jetzt da gewesen ist, statt einfach nur die Differenz davon. Auf der Aktivseite haben wir dann die Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten und auf der Passivseite die Wertberichtigung in Höhe von 10.000 Euro. Und der aktuelle quasi netto Buchwert lässt sich dann rechnerisch als die Differenz ermitteln, also 90.000 Euro. Sie sehen, die Bilanzsumme ist nicht berührt davon, aber in der Schlussbilanz haben wir dann mehr Informationen vorliegen. Der Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens erfolgt nicht immer zum entsprechenden Buchwert. Ebenso werden beim Verkauf von Vermögensgegenständen selten Verkaufserlöse erzielt, die mit den ausgewiesenen Buchwerten übereinstimmen. Buchungstechnisch ist beim Abgang bzw. Verkauf von Anlagevermögen zum einen die Bestandsminderung im Aktivkonto zu buchen, zum anderen ist die entsprechende Gegenbuchung abhängig von der Höhe und Form der bisherigen Abschreibungsbuchungen und von den Umständen des Abgangs bzw. Verkaufs vorzunehmen. Schauen wir uns dazu eins von vielen Beispielen an. Oder ein Beispiel in mehreren Fällen. Wir schreiben eine Maschine mit Anschaffungskosten in Höhe von 40.000 Euro über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren ab. Linear. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt entsprechend jährlich 8.000 Euro. Das ist nichts anderes als 40.000 durch 5. Zunächst schauen wir uns an die Darstellung des Abgangs aus dem Anlagenbestand ohne Gegenwert. Also Fall 1. Der Abgang einer Maschine erfolgt nach Ablauf der planmäßigen Nutzungsdauer, also am Ende der Nutzungsdauer. Der Restwert beträgt 1 Euro, weil wir uns nicht sicher waren. Und dann muss man eben diesen Erinnerungswert von 1 Euro ausbuchen. Das sieht dann so aus. Dieser 1 Euro, der noch im Aktivkonto drin war, wird dann auch abgeschrieben. Und damit ist das Konto 07 ausgeglichen. Zweiter Fall. Der Abgang einer Maschine erfolgt am Ende des letzten planmäßigen Nutzungsjahres, genau wie in der 1. Aber wir haben noch einen Restwert in Höhe von 8.000 Euro. Die letzte planmäßige Abschreibung ist dann entsprechend so vorzunehmen, dass diese restlichen 8.000 Euro aus dem Aktivkonto rausgenommen werden, abgeschrieben werden. Und damit ist entsprechend das Aktivkonto wieder ausgeglichen. Der dritte Fall, der möglich ist, ist, der Abgang der Maschine erfolgt im Oktober des vorletzten Jahres der planmäßigen Nutzungsdauer. Wobei der Restwert in dem zu diesem Zeitpunkt dann noch 16.000 Euro beträgt und die Maschine ist komplett auszubuchen. So, wie macht man das? Die Erfassung der Abschreibung ist dabei abhängig von dem Zeitpunkt, zu dem der Abgang der Anlage erfolgt. Der Zeitraum der planmäßigen Abschreibung endet mit dem Monat, der dem Abgang vorausgeht. In diesem Fall mit dem September des vorletzten Nutzungsjahres. Also beträgt die planmäßige Abschreibung 6.000 Euro. Und zwar ist das 9,12 von 8.000. Weil der September noch da drin steckt. Und der verbleibende Restbuchwert von 10.000 ist dann außerplanmäßig abzuschreiben. Sieht dann so aus. Die Abschreibung, die außerplanmäßige Abschreibung. Und der Restwert von 16.000 ist dann ganz ausgebucht. Ausgebucht aus dem Aktivkonto. Und das Aktivkonto ist dann wieder ausgeglichen. Beim Verkauf von Vermögensgegenständen müssen die planmäßigen Abschreibungen bis zu dem Monat, der dem Verkauf vorausgeht, vorgenommen werden. Und der Verkauf stellt grundsätzlich einen umsatzsteuerpflichtigen Vorgang dar. Außerdem ist abhängig vom Verhältnis des Verkaufspreises zum Restbuchwert, eine der in der Grafik dargestellten Buchungen vorzunehmen. Okay, also. Wir haben entweder den Fall, dass wir einen Preis erzielen, der genau dem Buchwert entspricht. Einen Preis, der über dem Buchwert liegt. Und einen Preis unter Buchwert. Zum Buchwert. Dann müssen wir nur den Verkaufspreis exklusiv über Umsatzsteuer benutzen. Und das entspricht genau dem Buchwert. In diesem Fall hier übersteigt der Verkaufspreis ohne die Umsatzsteuer den Buchwert. Und dann werden gebucht Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Das ist Konto 546. Und wenn der Verkaufspreis eben kleiner als der Buchwert ist, haben wir entsprechend das Konto 696. Das ist Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Das Beispiel wird jetzt so verändert, dass wir die Maschine im April des letzten planmäßigen Nutzungsjahres aus dem Anlagenbestand nehmen und sie gegen Barzahlung verkaufen. Das steht hier alles drin. Der Restwert der Maschine zu Beginn des letzten Nutzungsjahres waren 8000 Euro. Und die planmäßige Abschreibung wird noch für drei Monate vornommen. Entspricht dann eben 2000, also 3 Zwölftel, weil März schon vorbei ist, von 8000. Und dann können wir eben noch weitere Fälle differenzieren. Fall 4 ist dann, der Verkaufserlös beträgt genau 6000 Euro, zuzüglich 19% Umsatzsteuer. Und der Bargeldeingang ist auf dem Konto Kassa als Zugang zu erfassen. Die Maschine ist auszubuchen, wobei sich Verkaufspreis und Restbuchwert exakt entsprechen. Und die an das Fernsehamt abzuführen, Umsatzsteuer ist zu berücksichtigen, da es sich um einen Verkauf handelt. Die Buchungen sehen dann eben so aus. Und das kann zufällig passieren, aber in der Regel ist einer der anderen beiden Fälle der Fall. Hier ergibt es sich so, dass wir gerade den Verkaufserlös vom Restbuchwert dann haben. Spannender sind die anderen beiden Fälle. Fall 5, nämlich der Verkaufserlös beträgt nur noch 4000 Euro. Das heißt, wir haben jetzt verkauft Unterbuchwert. Und dadurch entsteht eine außerplanmäßige Wertminderung, die als außerordentlicher Aufwand über das Konto 696 oder hier da von Unterkonto nochmal Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen zu erfassen ist. Und außerdem ist die Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Und die Buchungen sehen dann eben so aus. Die Abschreibung für die ersten drei Monate. Das, was wir bar kriegen. 4000 plus Umsatzsteuer. Und das hier sind die Verluste. Das, was nicht dadurch gedeckt werden konnte. Der Restbuchwert der Maschinen wird ganz aus dem Aktivkonto rausgenommen. Und dann haben wir noch die Umsatzsteuer von dem Verkauf hier drin. Dann noch der umgekehrte Fall, nämlich, dass wir zu einem höheren Preis verkaufen können, als der Restbuchwert ist. Und die damit einhergehende zu starke Minderung des Gewinnausweises muss jetzt durch die Buchung außerordentlicher Erträge über das Konto 546 oder ein Unterkonto davon Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen ausgeglichen werden. Das heißt, die Buchungen sehen dann so aus. Wir haben in die Kasse reinbekommen 10.000 plus Umsatzsteuer. Noch die letzten Abschreibungen für die ersten drei Monate vorgenommen. Die Maschine wird aus dem Aktivkonto ganz rausgenommen, mit ihrem gesamten Restbuchwert. Das ist die Umsatzsteuer aus dem Verkauf von den 10.000. Und die Differenz zwischen den 10.000 und den 6.000 haben wir hier als Erträge aus Abgang drin gebucht. Wobei Sie sehen, dass die Umsatzsteuer sich nur auf die 10.000 bezieht. Also auf die ganzen 10.000. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an für den Fall der indirekten Abschreibung. Und zwar zu Beginn des fünften Jahres ist die Situation der Maschine wie folgt. Beim Verkauf der Maschine ist zum einen das aktive Bestandskonto 07 durch eine Buchung im Haben auszugleichen. Zum anderen muss die für die Maschine gebildete Wertberichtigung durch Buchung im Soll des Kontos 36 aufgelöst werden. Und die übrigen Buchungen erfolgen dann analog zum Fall der direkten Abschreibung. Das nennen wir dann Fall 4a. Der Verkaufserlös beträgt 6.000 Euro, also genau dem Restbuchwert. Die Buchungen sehen dann ihr folgt aus. Also wir haben 6.000 plus Umsatzsteuer gehabt. Hier ist die Umsatzsteuer extra ausgewiesen. Dann die planmäßige Abschreibung von 2.000 für die ersten drei Monate. Und die Wertberichtigung werden hier rausgenommen. 32.000 Euro, das was bis dahin im Kontowertberichtigung angesammelt war. Und die Maschine wird mit ihrem Restbuchwert von 40.000 komplett ausgebucht. Im Fall 5a ist dann der Verkaufserlös 4.000 Euro, also unter dem Restbuchwert. Und dann sieht das Ganze so aus, dass wir hier den Verkaufserlös brutto haben, hier die Umsatzsteuer dazu, die planmäßigen Abschreibungen für die ersten drei Monate, die angesammelten Wertberichtigungen werden hier noch ausgebucht und Verluste aus Abgang werden noch gebucht, wie gehabt. Genauso wie bei der direkten Abschreibung. Und damit ist das Aktivkonto Technische Anlagen und Maschinen ausgeglichen. So, in der Praxis wird der Verkauf eines Anlagegutes häufig mit dem kompletten Nettoverkaufserlös über das Konto 5141 Erlöse aus Anlagenverkauf gebucht. Anlagen, Abgänge werden in der Praxis mit ihrem Restbuchwert über das Aufwandskonto 6979 Anlagenabgänge erfasst und den Erlösen aus Anlagenverkäufen im GOV-Konto gegenübergestellt. Wobei der Gewinn oder der Verlust aus den Anlagenverkäufen dann deutlich wird. Und dieser sogenannte Bruttoabschluss wird anhand von Fall 6 dargestellt, nämlich Verkauf über Restbuchwert. Der Verkaufserlös beträgt demnach 10.000 Euro. Die planmäßige Abschreibung für drei Monate wurde bereits vorgenommen und betrug entsprechend 2.000 Euro, womit der Restwert im April nach linearer Abschreibung 6.000 Euro beträgt. Die Buchungen sehen dann wie folgt aus. Kasse an Umsatzsteuer und Erlöse aus Anlagenverkauf. Also hier der gesamte Bruttoverkaufserlös. Hier ist die Umsatzsteuer dazu. Und das hier sind dann Erlöse aus Anlagenverkauf. Konto 5141 Und das Aktivkonto muss dann ausgeglichen werden. Das nennen wir dann Anlagenabgänge an technische Anlagen und Maschinen in Höhe von 6.000 Euro. Damit ist das Konto, Anlagen und Maschinen ausgeglichen. Und das haben wir dann über das Konto Anlagenabgänge erreicht. Und hier haben wir jetzt noch die Kontennachstellung zu dem eben beschriebenen Bruttoabschluss. Einfach nur zur Übersicht. Und bei Anwendung so einer Methode ist das umsatzsteuerliche Entgelt aus den Erlöskonten in voller Höhe ersichtlich. So, letzter Fall. Das ist ein Sonderfall. Bei der Übernahme eines Anlagenvermögensgegenstandes in das Privatvermögen eines Gesellschafts handelt es sich analog zur Privatentnahme von Fertigerzeugnissen um einen umsatzsteuerpflichtigen Vorgang. Die Entnahme erfolgt zum sogenannten Teilwert. Und dieser Teilwert entspricht dem Marktwert bzw. Tageswert des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Entnahme. Im folgenden Beispiel wird wieder mit Bruttoabschluss gebucht. Ein Gesellschafter, der einer unserer Gesellschafter entnimmt dem Betriebsvermögen im Mai einen nicht mehr benötigten PKW, der einen Restbuchwert von 2600 Euro hat nach bereits vorgenommener anteiliger Jahresabschreibung. Der Teilwert beträgt 3500 Euro und die Buchungen sehen dann so aus. Wir haben also Privatkonto, hier ist der Bruttowert gebucht, das ist die Umsatzsteuer, die dazu gehört. Und Kontoeigenverbrauch wird dann eben belastet mit dem Teilwert. Und das Konto-Fuhrpark wird dann komplett quasi gemindert um den echten Restbuchwert von 2600 Euro und das wird dann über Anlagenabgänge gemacht. Das ist dann die Bruttomethode davon. Das war alles, was wir zu diesem Kapitel zu sagen hatten.